Neutralität kann ja nicht heißen, wir halten uns aus allem raus. Neutralität kann nicht heißen, wenn ich auf der Straße stehe und irgendeiner fällt über einen anderen her und versucht ihn zum Tode zu bringen, dass ich dann die Hände in die Hosentasche stecke und mir ein Lidchen pfeife. Untertitelung des ZDF, 2020